Der Wanderstab 2.0 Der Wanderstab 2.0 ist eine Erfindung des 2014 lebenden Künstlers Kim Helbig. Er dient nicht wie der gewöhnliche Wanderstab der Abstützung und als drittes Bein beim Wandern, sondern ganz entgegengesetzt der ursprünglichen Verwendung des Wanderstabs dient er nicht der starren Komponente beim Wandern, sondern der dynamischen, die sich bis in den freien Fluss des... Wie nennt man das? Das... Wie nennt man das? Das... Wie nennt man das? Das... 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 Scheiße, ey! Wie heißt das? Derief des derivierenden Bewusstseins. Und wie der Satz endet, weiss ich nie mehr. Weil ich nie mehr weiß, wie er angefangen hat. Vielen Dank.